Alter, guck mal was ich entdeckt habe. Nein, das hier ist kein Plastikmüll und du solltest es auch auf gar keinen Fall anfassen. Das ist nämlich die portugiesische Galere. Eine extrem giftige Quale. Laufgegift wegen der Zähne. Nein, es ist keine Quale, sondern eine Seeblau. Sie ist nämlich kein einzelnes Tier, sondern ein Zusammenschluss von tausenden Minitieren. Polypen. Jedes einzelne spezialisiert sich auf eine Aufgabe. Und zusammen bilden sie die portugiesische Galere mit Tentakeln von über 10 Meter. Bei uns kommt sie im Mittelmeer und auch selten im Atlantik vor und schwimmt durch den Wind random im Wasser umher. Selbst ein angespültes Tier ist noch tagelang giftig. Also aufpassen und Plus wegmachen.